Ja, wir wollen nicht nur mit den jüngsten Bundestagsabgeordneten sprechen, sondern auch mit einem der Ältesten. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, es freut mich. Ihr habt wahrscheinlich die ganze Sommerpause gebraucht für diesen tollen Gag, oder? Es gibt natürlich auch viele ältere Abgeordnete, für die Twitter komplett Neuland ist. Guten Abend, Herr Amthor. Ja, hallo. Ich glaube, das ist nicht eine Frage des Alters. Beim Thema Wohnungsnot ist ein Lösungsansatz natürlich auch das generationsübergreifende Wohnen. Zum Beispiel ein junger Student zusammen mit einem Senioren. Naja, gut, okay. Also ich finde, Wohnungsnot ist ein Thema. Beim Heizungsgesetz wurde die Ausnahmeregel für über 80-Jährige jetzt doch wieder gestrichen. Da machen sich viele Betroffene natürlich Sorgen. Ja, alles fast wie immer. Ein Alterswitz zum Staat, aber dafür der Köster heute mal gut angezogen. Also hat sich richtig Mühe gegeben. Dann auch lieber wieder Aktienoptionen Witze machen.